So, herzlich willkommen bei der Abfallwirtschaft Hannover. Wir von AHA haben uns gedacht, wir rufen mal eine Challenge auf. Wir, denke ich, sind von den ganz Harten hier. Deswegen haben wir mal gesagt, nehmen wir mal die Herausforderung an und machen mal dieses Sys-Stroming auf. Spezialität aus Skandinavien. Und gleichzeitig nominieren wir auch die Kollegen aus der Scherlingstraße. Das heißt, wenn ihr die Nominierung nicht annimmt, ist für uns ein Tag Kaffee freigeschaltet. Auf eure Kosten. Ja, habt Spaß dabei und seht uns beim Trotzen. Auf geht's. Ihr haltet aber nicht hier mit. Ich bin wieder versorgen. Oh! 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 Die haben nicht. Du hast weitere geschnitten. Alter! Was ist der Mann? Matthias! Die ganzen Videos auf dem Feld auf YouTube. Verdammtes Spritzwiesau. Oh, den sieht aber hoch aus der Füße. Nee, oh. Äh... So, ey. Oh, nee, Alter. Ich straß gar nichts an, ey. 2, 2, 1, 2! Digga, man nehm ist die 4, ey. Hier ist ein Eifer. Ey, Alter, der... Warte mal nehm. Wie du willst. Komm, jetzt alle zusammen, mate. Oh, hallo. Das ist die 4, Digga. Das ist der Weg. Oh! Jawohl! Das ist nur 30! Ja, dieser! Oh, oh! 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 Sie nehmen uns auf den Fargen! Das ist das ekelhaft, ja... Das ist zu viel! Das ist zu viel! Oh, 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 oh! Das ist nur Salz. Du bekommst schon die Tränen. Mensch, geh doch kaputt! Das geht gar nicht kaputt. Irgendeiner muss kosten, das mach ich umsonst. Den kotzt man nur in den Eimer, ne? Ich muss einen runterkriegen. Alex, das ist der Darm, ne? Alex, komm! Liebe Schöningstraße, ihr seid dran. Viel Spaß damit, wir noch ein paar Reste hier. Wenn ihr die Hände abholen wollt, viel Spaß!